Nein, hier unten bin ich. Stefan ist oben. Ach so, das bist du gewesen. Hallo. Ach so. Ja, ich muss da, glaube ich, die Treppe, ich will eigentlich den Zaun einfach noch verbreitert. Oh, ich weiß gar nicht, wie es geht. Die Stufen hoch oder wie? Mhm, genau. Und die Viecher erst rauslassen, wenn der Zaun da ist. Geht das? Ich glaube nicht. Kann sich das nicht verbinden? Mhm. Aber vielleicht mit, mit, ähm... Ja, da kann man zwischendurch. Mit Mauer. Eine Mauer hinbauen. Geht die nicht hoch, oder? Ich weiß nicht, die können ja eigentlich eins hoch springen, das geht ja. Willst du denn das so als Durchgang unbedingt machen, oder? Nein, halt nur während, bis ich sie da alle in das Gehege gebracht habe, und dann mache ich den Durchgang wieder weg. Ah, okay. Hm. Dann wird da eigentlich echt ne Mauer irgendwie reichen. Ich will mal das steigend. Hm. Hm. Das steigend. Hm. Hm, ob die da runterkommen? Ich bin mal gespannt. Oder ob das so schmal ist. Meinst du? Ich weiß nicht. Theoretisch sollte es gehen. Aber jetzt hast du hier auch keinen Abschluss zum Zaun. Da können sie sich ja durchquetschen. Hier? Nee, also ich passe nicht durch. Du meinst hier, wo ich gerade bin? Das sind die Viecher da, ja. Aber die Viecher dachte ich, die könnten... Jetzt habe ich mich selber... Ich habe mich ausgesperrt. Da gibt's keine Ahnung. Ihr habt da keine Tür dran gemacht? Nee, noch nicht. Aber ich kann da eine hinbauen. Naja. Das geht ja. Ähm... Ja, dann spür mal Viehtreiber. Schafe zählen. Soll ich noch eine Tür? Komm, was ist das richtig? Kommst du nochmal rein? Frau? Kommst du mal? Ich bin keine Frau. Ich bin Krümelmonster. Gekse! Das ist eigentlich noch eine Folge laufen. Ja. Ja. Dann bist du jetzt wieder bei 18 Minuten. Ja, ist okay. Ich schaue jetzt ja auch drauf. Hier, da ist übrigens ein Stück Zaun von dir ver... Ja, da ist das... Genau. So, okay. Ja, dann brauche ich noch so... Zeug. Soll ich die schon mal aufmachen? Mit was kann man die Fischer nochmal anlocken? Mit Weizen. Ja, ich habe natürlich wieder keinen mit. Heute kommen sie schon. Ja. Schon, warte? Ja, noch offen. Nimmst du das? Ich... 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 Nimm... Nimm doch! Also eine... Eins hast du, ja? So, wieder zumachen, sonst... Mhm. Komm, Fische. Ja, aber da muss man das Gatter oben wegmachen, sonst stecken die da drin fest. Das ist irgendwie nicht so ganz optimal. Oh. Da müsste man hier eins noch hinmachen, sonst laufen die hier wieder rum. Ja, komm. Komm, Schafi, Schaf. Nicht das Schaf wieder umlenken. Naja, jetzt sollte das mal gehen, oder? Ja, komm. Kommt, kommt. Aber irgendwie ging es vorhin mit den Kühen ja auch nicht besonders gut. Oh, wie süß das kleine Schaf. Ah, jetzt kommen sie. Na, kommt. Ja. Ist gut, gut. Und jetzt stecken die da oben fest. Pass auf, Linvi, du lockst dir eine oben. Hoppla. Kommt, er bleibt hier. Alle zu mir. Ah, nicht mich fressen. Oh, jetzt stecken die da oben fest, die zwei Idioten. Komm, schlachten sie, wenn ihr nicht mit wollen. Das sind Zwillinge, die wollen alles gleichzeitig machen. Ja, eins kommt los. Ja, ich krieg Angst vor den Schafen. Ich schau mich alle so erwartungsvoll an. Nein, nicht dem Stefan hinterherlaufen. Oh, sorry. Komm. Ich hab grad Weizen gefüttert. Komm, Blaus, schau. Bleh. Bleh. Oh, drei Stück. Sehr schön. Ah, nicht wieder zurück. Hallo. Mal, wie sie gucken. Wie intelligent. Mhm. Ja, mäh. Das ist auch zu glücklich kompliziert oder so. Mhm. Kommt jetzt. Doofes Schaf da oben noch. Wie viele sind denn da oben? Ich schieb euch einfach. Das sind doch schon nur ne ganze Menge, denk ich. Da hinten waren ja auch noch welche. Ha! Ne, wo soll das hin? Schaf, hallo? Ich muss mal grad noch was holen. Oh nein, es ist verliebt. Ja, dann bleibt's aber stehen, das ist das Problem. Ja, das wollte ich nicht. Es ist ja schon kein Weizen mehr. Ja, da haben. Hm. Auf Weizenjagd. Hm, hm. Kommst? Ja. Ah! Nicht, die kommen doch jetzt alle da runter. Hilfe! Mhm. Ich seh nichts mehr. So, jetzt. Jetzt kannst du durch. Mäh. Mäh. Mäh, ihr Schafe. Mäh, ihr Schafe. Mäh, ihr Schafe. Mäh. Näh, wie darf ich Mama zu dir sagen? Mama. Mama. Näh. Kennst du schon, ne, von Franchin Baby? Ja, natürlich. Scheide, jetzt hab ich schon wieder gefüttert. Ich bin so doof. Dämlichen, verstopften Schafe. Die verstopften Schafe. Ja. Ich stehe auf mit Weizenjagd, die ignorieren mich. Ja. Weizenjagd. Mega komplizierend. Aber immerhin haben wir schon ein paar unten. Das geht ja nicht. Aber die verstopfen jetzt den Gang. Und die kommen ja wieder hinterher. Ja. Ja. Ja, da müsste das Gatter unten nochmal wegschlagen, weil sonst passen die da nicht durch. Das wird nicht gehen. So ein bisschen größer machen? Ja, das ist dieses Tor, dieses helle. Das helle Tor müsst ihr wegmachen. Oh. Aber ich mach's weg. So. Ne, kommt. Ich hab zwar nix mehr zum Locken, aber ist ja egal. Es wirkt vielleicht trotzdem. Ja, ich wirf dir mal was hin, da. Achso, das war... Ich wirf dir mal was hin. Ich lass dir's jetzt fressen, ja, einfach. Hier geblieben. Komm. Hallo. Ah, eins haben wir noch da oben. Ne, zwei. Na, komm. Geht mal weg von dem Tor. Neuzüchten wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Also jetzt müsstest du schön durchkommen wieder. Geben sie alle hier hinten bei mir. Ich bleib mal hier hinten stehen bei dem Schaf. Oh, und ich hab Mama und Papa Schaf mit Baby Rotschaf. Was wollt ihr von mir? Ich hab nix. Nein, ich hab nix. Nein, ich hab nix. Na gut. Hä, 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 ich hab nix. Hoppi. Hoppi, kann Hoppi. Ich länge immer noch die Schaf, ja. Ich fühle mich... Geh die Treppe rauf. Geh die Treppe runter. Vielleicht wollen sie meinen Weizen lieber. Ich fühle mich bedrängt von Schafen. Ja, das ist auf Dauer unheimlich, ne, wenn die einen so belagern. Jetzt geht's rückwärts die Treppe runter. Oh, aber jetzt kommen sie. Ja. Manu, die Sumpft. Ja, ja, ich bin quietschfidel. Im Sumpf oder im Urwald oder wo? Im Urwald, der neben dem Sumpf ist. Hör mal jetzt. Achtung, ne, ne, die laufen nicht. Ah! Achso. Ich bin aber auch gleich fertig hier, wenn ich hinliffes. Oh, nö? Da sind noch... Ist noch so ein Quotz-Grunes hier oben. Ist unentschlossen. Halt! Hier geblieben! Möglicherweise ist es auch satt. Kommst du jetzt? Oder nicht? Ihr bleibt hier. Ich weiß nicht, wenn du nicht kannst. Leer eingefürscht. Ich krieg Angst. Ich hab Platzangst. Komm doch jetzt die Treppe runter, bitte. Mensch, da braucht man Geduld. Ich schiebs einfach. Komm jetzt. Jawoll. Jawoll. Da ist das Ding. Das war jetzt das Letzte? Ja. Hey, du hast so gedacht, ich hab das Hut nach unten zu locken. Wahnsinn. Nutzt. Lockmittel. Das hast du nicht gemacht. Du hast das so gerade. Das ist einfach runtergekommen. Ja, das ist mit dem Schaf zusammengekommen. Ich hab den gesehen. Ja, passen. Das war unsichtbar für die Elektriket. Ja, das macht sich gerade hier breit. Das läuft hier rum. Das läuft hier rum. Die lenken hier immer noch schön brav ab. Ja, wir stehen mal hier so, ne? Da vorne rumlaufen. Das Beste, was wir tun können, glaube ich. Ja, sonst laufen sie wieder alle hoch, ne? Ja, hin. Oder verstopfen ihn ein. Na, komm. Danke fürs helfen, übrigens. Bitte, bitte. Aber immer doch. Hihi. Ich mach mal Schafe verrückt. Hier drüben in die Seidengasse. Ja, genau. Keine Süßigkeiten von Fremden annehmen. Oh, kein Heizen. Ganz schlecht. Der war voll klar. Komm. Jetzt beißen die mich gleich, weil ich die die ganze Zeit im Kreis rumführe. Das sieht sehr gut aus. Ein Seufzen der Verzweiflung. Ja, das dumme Leben ist doch nicht so einfach. Echt? Und schrei doch einfach, ich bin ja auch da. Ja, genau. Ja, und dann kannst du dich zu uns porten. Aber du musst dich rein. Es geht nicht ohne. Ich bin bald fertig. So. Brabe Schäfchen. Ich hab nochmal drei geschleppt, da. Mal schauen, ob die das gebacken kriegen. Okay. Jetzt bleib doch nicht da oben stehen. Es ist nicht so hoch. Du brauchst keine Angst haben. Das Schaf hat Höhenangst. Du musst ihm noch weiter gut zureden. Du machst das noch nicht genug. Ups. Ähm, ich hab gerade... Ähm, Achtung! Ich hab gerade aus Versehen den Weizen verfüttert und die kommen jetzt alle wieder hoch. Ich habe aus Versehen die Taste gedrückt. Jetzt zwischen den ganzen Schafen. Da kriegst du zwei. So, hier geblieben. Viecher. Oh, das liebt mich immer noch, das Schaf. Hast du Weizen in der Hand, Stefan, oder? Ja. Okay. Das ist blau, ach, das ist blau, okay. Ja, kommt. Ja, auch. Sehr gut. So, wieder ein paar mehr. Jetzt mal zwischendurch ein Kappel hin. Können die da drüber? Ein was? Ein normaler Stein. Können die da drüber, ja, ne? Ja. Eins können sie hochspringen, ja? Siehste, ne? Mal nochmal so nützend wenig. Sorry, weg mit denen, Stein. Ne, komm. Komm, komm, komm. Schaf, ich schaf. Oh, wie viele das sind. Und so schön bunt. Aber. Regenbogen. Regenbogen. Also, die Gras-Schafe, die schauen aber schon seltsam aus. Die Gras-Schafe. Die sind halt rein. Ich wollte gerade sagen, wenn man die dann schert, dann kann man das vielleicht rauchen oder so. Naja. Ah, ich krieg hier echt langsam Zustände. Hilfe. Wie viele fehlen denn noch? Ja, schon noch. Ja. Schon noch ein paar. Leider. Das wird wieder eins. Es tut mir leid. Das hat man gar nicht so gemerkt, dass da so viele sind da auf dem Dach. Ne. Schön. Komm weg. Obwohl von dem... Keine nicht umdrehen und wieder rausgehen. Hierbleiben. Ne. Ich werde angegriffen. Boah. Wie sind alle jetzt? Von Schafen oder was? Oh. Die schauen alle so empört. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ne. Ich hau jetzt so stark. Töten! Komm, wir brauchen ein bisschen Hammelfleisch. Komm, ehrlich. Oh, sie ist scharf. Wie bist du so drauf? Orange haben wir nicht so viel. Also das nicht töten. Ja, das brauchen wir. Bist du wohl denn da? Oranje. Nee. Ja. Ein Meer aus Schafen. Das hat die ganze Zeit da vorne gewartet und wollte mit hoch. Welches? Das weiße da, oder? Das ist so und das bei mir ist. Man sieht nur noch einen Helm, das ist entlustig. Blau unter blauen Schafen. Du bist rot, geh weg. Ich mag nur blaue Schafe. Das sind zu viele rote. Nein, du hast so gar nicht gehört. Nein, sonst fliegt doch meine Tarnung auf. Ich bin doch blau. Nein, nein, lauf da nicht wieder rauf. Schaf, ich schaf. So. Schnell ein Tor hingebaut. Lass ich ihn abhauen. Das kommt trotzdem mit. Das mag ich so gerne. Leck hier nicht. Blitt hier nicht, das Tor. Oh nein, lauf nicht. Lauf, Mut, vor allem. Ich habe leider kein Weizen mehr. Warte mal, ich habe ja noch eins. Soll ich dir was hinschmeißen? Ich bin noch zwei grüner und ein Baust. Dann kommt mal alle hier weg vom Tor. Kommt mal zu mir. Hört mir genau zu. Ich erzähle euch jetzt was. Oh Gott. Ich fühle mich hier ganz leicht in die Ecke gedrängt. Das sieht so fein aus. Was wollen die alle nur von hier? Panik. Bitte hinten anstellen. Jeder kommt mal dran. Wir hatten doch nicht, wir will doch mal. Und jetzt zählen. Wir hatten die beim Runtergehen zählen müssen. Wie sind denn die ganzen Hühner hin? Ich habe mich auch schon gefragt. Können die eigentlich über den Zaun fliegen? Kann das sein? Die können fliegen? Das ist bewusst. Also eins steht auf der Treppe. Aber auch nur eins. Das flattert da so. Ich komme mir jetzt überhaupt nicht doof vor. So Schafe, sagt mal alle. Tschüss Schafe. Tschüss.